Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Wie ist er? Heiße! Hack! Warum ist er jetzt noch schneller auf Feuer? Was steht da drauf? Hör auf! Der ist wieder hoch! Ja! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ich fühle! Ich fühle! Au! Das ist kalt! Das ist nicht gut! Ha! Ha! Ich fühle mich zu meinem Jungs nicht weg! Ha! 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 Ich bin nicht fertig! Es ist mir leid, dass ich gerade so still bin, aber... Dampf! Alter! ... ... ... ... ... ... Ich bin übrigens der Überzeugung, dass die Chaos-Kling bei dem Meer bringen, weil er ja ein Eismonster ist sozusagen. Deswegen wundert euch bitte nicht, dass ich ausgerechnet die Chaos-Kling jetzt gerade bei dieser Extreme anwende. Yes! Ah, hörte auch, hör, Mann, halt dich da raus! Ich weiß, es ist dein Sohn, aber er ist ein verrückter Psychopath. Junge, der Kristall! Auf, auf, auf. Ah, scheiße. Und hier geht es wunderbar, hab mich nie so lebendig gefühlt. Na, to- Oh, fuck. Heißaxt! Dann! Ja! 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 Damm! Geh runter von mir! Verdammt! Wo ist der hin? Mir fällt mir ganz und gar nicht, dass der jetzt auch noch die Feuerkraft beherrscht. Okay, das macht absolut keinen Schaden gerade. Mach fast keinen Schaden! Scheiße! Und der Timer ist schon wieder vorbei. Sehr schön! Fuck! Fuck! Verdammte Psychopath! Oh Gott! Und doch die Karstling! Verdammt! 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 Nein! Atteos! Super Atteos! Super! Ey! Nein! Alter! Nein! Vor eurem Kopf möchte ich euch danken! Euch beiden! Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte! Ich war nie so lebendig! Hahaha! Ironisch! Oder? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Dampf! Dampf! Ich bin alle! Ich muss es, auf' … Dampf! 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 Und hier! Dampf! Dampf! Boah, was ein geiler, epischer Kampf, Leute. Oh, oh, oh! Yeah! Oh, nicht gut. Mann, wir hatten den doch fast. Blöde Kuh. Was war das? Ah, lol. Awesome. Da hast du recht. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Wir haben gewonnen. Ich habe übrigens nichts gedrückt. Ich dachte mir, vielleicht hat man hier wieder die Wahl. Ja. Ja. Du kannst einfach. Nicht anders. Nicht wahr, Mutter? Ganz gleich, was ich tue oder sage. Du misst... Du misst dich einfach immer wieder in mein Leben ein. Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergib. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berechtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Was? Nein, Vater! Ich liebe dich. Warum? Warum kümmert dich das? Du... Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Auch wenn ich eine Wahl gehabt hätte. Tut mir leid. Aber genau das musste jetzt sein. Er hatte seine Chance. Nein, 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 nein. Mein Sohn. Mein lieber, süßer Sohn. Nein. Oh, ich dachte dir der Tod. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hier mit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte in allen Welten tragen und dich dann Heels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Du bist behindert. Du hast selber gesagt, dass du nicht gebüsst. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Sorg. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gott genug. Und er. Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Neel. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter? Ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja. Aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Boah. Alter. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freier darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tiers Tempel. Ein letztes Mal. Ja. Jittenheim wartet. Was haben wir Baldir denn gekostet? Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jittenheim folgt. Sicher nur lügen. Warum hat die Mistel den Bahn gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldir war das größte Geschenk, das Odin Freier gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Das ist wahr. Ähm, ja. Ich habe gerade übrigens einen kleinen Schnitt gesetzt. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Ähm, ich werde jetzt hier einfach noch sieben Minuten ranhängen und werde dann daraus zwei Parts machen. Ist zeitlich gesehen tatsächlich die beste Entscheidung. Ansonsten habt ihr halt einen viel zu kurzen Part und einen viel zu langen Part. Naja, eigentlich einen genau richtigen Part und dann einen extrem kurzen Part. Äh, deswegen machen wir das Ganze jetzt so. Äh, lasst mich mal kurz schauen. War hier noch irgendwas? Ein vergessener Kampf. Hm. 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 Genau hier ist ein vergessener Kampf, aber hier ist nichts mehr. Okay. Gucken wir mal kurz hier rein. Was war hier? Hier waren wir auch schon anscheinend. Ah, ja. Okay. Vergiss es. Ah, ja. Das machen wir irgendwann mal, aber nicht jetzt. Da brauche ich keine sechs Minuten für, sondern wahrscheinlich ein halbes Jahrhundert. Deswegen machen wir erstmal die Markierung wieder weg. Der vergessene Kampf ist hier nicht mehr, oder momentan zumindest nicht mehr. Da würde ich sagen, gehen wir mal Richtung, Richtung Hauptziel. Und da können wir eigentlich eine Abkürzung direkt nehmen. Nehmen wir die Abkürzung, komm. Warum auch nicht? Ja, ja. Blödsinn. Nur um die Zeit zu strecken. Gucken wir mal, was wir noch in den Part rein bekommen. So. Wir gehen hier zum mystischen Tor. Ich finde, meine Ausrüstung hat schon ziemlich Stil, oder? Das Goldschwarze steht geradeaus. Und mit mir mit zwei Augen ist irgendwie ungewohnt. Er redet gar nicht. Schade. Es ist eigentlich total irrelevant, ob ich hier in dieser Welt laufe, oder nicht. Denn die führt eh nur im Kreis. Und es hat im Endeffekt nur ein interaktiver Ladebalken. Bis diese Tür erscheint. Er muss daher keine bestimmte Entfernung hinter sich drabt haben. So. Gehen wir mal kurz hier hin, ob wir was Neues haben. Nö. Nö. Nö, die haben nichts Neues. Bis dann. Ich habe übrigens mal im letzten... In irgendeinem Part habe ich gesagt, dass... Ja. War das gerade Misstrauen? Dann stelle ich den Helm ein und dann geht's los. Vermutlich. Vermutlich. Ich wollte halt sagen, ähm... Ich hatte mal in irgendeinem Part gesagt, dass Gratus seinen Schutz genau da hat, wo er ihn früher immer hatte. Nein. Das ist genau Seitenverkehr tatsächlich. Ist mir aufgefallen, wo ich mal wieder... Ja, heute tatsächlich... Mal... God of War dreimal angespielt habe. Da. Bäm. Okay, dann geht's in diesen Part. Zumindest noch diese kleine Reise. Und... Junge. Der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hobby. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh. Hatte ich nicht bedacht. Äh... Vielleicht sollten wir das besprechen. Nö. Nö. Wird schon gut gehen. Bereit. Autsch. Das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Hat's geklappt? Da. Geil. Geil. Ähm... Okay. Das, was sie beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand entde- Äh, bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es. Na gut. Bereit. Oh ja. Komm. Wundervolles Ende für diesen Part, finde ich. Ja. Dann würde ich es euch an dieser Stelle jetzt mal endlich sagen. Wundervoll, dass ihr dabei wart. Daumen hoch für diesen wundervollen, epischen Superkampf. Das werdet ihr nicht, ähm, den Part, wo der Kampf stattfindet, nicht hören. Aber ihr seht ja hier in diesem Part hier noch ein bisschen, den Ende vom Kampf sozusagen. Die Hälfte, zumindest. Und, ja, Daumen hoch. Liebt den ganzen Scheiß, den ich hier mache. Und, ähm, lasst ein Abo da, falls ihr noch keins habt. Und damit sage ich ja, Revedetschi und bis bald. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir nach Jüttenheim aufbrechen. Also, tschüss, tschüss, bis bald. Jüttenheim Jüttenheim Und Rost Untertitelung des ZDF, 2020